Moin und herzlich Willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Day und Swing Training Sektion der Formations-Trader am Donnerstag, dem 29. Mai 2014. Heute ist Feiertag in Deutschland, aber kein Börsenfeiertag. Es wird an der Börse gehandelt und dennoch muss man davon ausgehen, dass der Handel an der Börse heute und auch morgen eher vom schwachen Umsatz begleitet sein wird. Was man aber nicht denken muss, dass bei den Amerikanern genau das gleiche ist. Denn heute erwarten wir Bruttoinlandszahlen der US-Amerikaner und Sie werden es wahrscheinlich wissen, die Ergebnisse vom ersten Quartal waren sehr schwach ausgefallen. Die Börse hat darauf überhaupt nicht reagiert, ist ganz normal weiter gestiegen. Die Fed hat auch gesagt, dass es am schlechten Wetter lag. Offensichtlich hat der Markt gesagt, okay, diesen Zahlen glauben wir nicht in Anführungszeichen. Die Frage ist, was passiert, wenn jetzt wieder schlechte Zahlen kommen? Wird der Markt möglicherweise sogar steigen, weil die dann davon ausgeht, das Tapering könnte möglicherweise etwas runtergefahren werden? Oder wird es so sein, dass der Markt sagt, oh, wieder schlechte Bruttoinlandsproduktzahlen, kein Stimmunus mehr vorne fällt und dass der Markt eher unter Druck geraten sollte? Rein technisch gesprochen sind die Märkte gerade am Widerstand. Wenn jetzt nicht irgendwas ganz ausgesprochen Unwahrscheinliches passieren sollte, ist es auch eher wahrscheinlich, dass der Markt an diesen Widerständen scheitern sollte. Aber wir traden natürlich nicht meine Meinung, sondern wir traden das, was wir sehen. Ich hatte Ihnen, wenn wir beim DAX auf den 10-Minuten-Chart schauen, gesagt, nachdem der Markt hier über diese Widerstandszone, über die 9800, über diese alte Allzeithochmarke drüber gegangen war, dass das hier eine Ausbruchslücke ist, dann hatte ich Ihnen die beiden letzten Tage gesagt, immer auf der Long-Seite sich positionieren und interessieren. Aber gestern hatte ich Ihnen gesagt, okay, Moment mal, was haben wir denn hier? Wir haben doch hier eine bärische KL-Formation gebildet. Ich hoffe, dass Sie es sehen können hier mit dieser Trendlinie und dieser Trendlinie. Da hatten wir gesagt, okay, wir wollen uns dann eher auf der bärischen Seite orientieren und die Marken, die uns dann interessieren, die sind dann im Bereich der 9930. Und dann die zweite Zielzone ist die 9900er-Marke. Nachdem das dann bärisch aufgelöst worden war, ist der Markt noch einmal kurz zurückgekommen. Wir haben diese Zone genutzt, haben dann mit der Eröffnung der US-Amerikanischen Börsen mit, glaube ich, 20 Punkten die Position geschlossen. Und Sie sehen, wie der Markt dann genau hier anfängt, unsauber zu laufen. Und deswegen waren wir da nicht mit dabei. Und dann ist der Markt sogar noch runtergekommen und hat genau die 9900 abgearbeitet. Jetzt sind wir hier in dieser Konsolidierungsphase. Brechen wir aus dieser Seitwärtskonsolidierung nach oben aus, gehen wir über die 9600 drüber, dann 10.000. 40 Punkte Platz für einen Intraday-Trade. Sollten wir das Ganze hier bärisch auflösen, wir gehen unter die 9900, dann ist das Ziel auch nur 30 Punkte etwas tiefer. Nämlich die 9875, da haben wir auch hier die 210 Minuten Linie. Sollten wir aber diese Zone bärisch aufgeben, wieder in diesen Kanal eintauchen, dann haben wir das Ziel 9820. Und wenn wir in die Lücke eintauchen, selbstverständlich, dann haben wir Kurslücken Schluss, was möglich ist. Das heißt, gehen wir hier unten drunter, dann geht das Ding hier durchaus hier in Richtung der oberen Begrenzung der Kurslücke. Also unterhalb der 9875. Und wenn wir dann auch noch in diese offene Kurslücke reingehen sollten, unterhalb der 9820, dann haben wir Potenzial 9780 zu machen. Gehen wir hier oben drüber, dann hat das Ding Potenzial in Richtung 10.000 zu laufen. Wenn wir uns das Ganze jetzt auf Tageschartbasis anschauen, dann kann man sagen, wir haben jetzt eine neue Trading Range. Ohne, dass es überhaupt wirklich technisch diese Range gibt, sondern ich behaupte, dass das so ist. Was behaupte ich hier? Obere Begrenzung natürlich psychologische 10.000 und das, was lange, lange Zeit Widerstand war, ist jetzt potenzielle Unterstützung, ist die 9.800. Diese Widerstandszone ist stark. Berührung dieser Widerstandszone führt aller Voraussicht nach, da ist dazu, dass der Markt noch einmal in Richtung der 9.800 läuft. Und das, was lange Widerstand war, wird erstmal gekauft werden, auch wenn die Kurslücke zu ist. Und dann können wir nochmal in Richtung 10.000 laufen und möglicherweise sogar darüber hinaus. Möglicherweise 10.100, 10.200 muss man nicht, kann man. Ich will Ihnen aber auch sagen, Leute, nachhaltiger Bruch der 10.000er Marke, das heißt, dass wir dann jetzt mehrere Wochen und Monate oberhalb der 10.000 bleiben werden, ist aktuell eher unwahrscheinlich. Mit nachhaltigem Bruch meine ich zum Beispiel, so wie hier seinerzeit, als wir dann es geschafft haben, durch diese Widerstandszone, durch die 7.500 zu gehen. Da sind wir durchgegangen, auch wenn wir zurückgekommen sind. Wir sind oberhalb der 7.500 geblieben. Das ist ein nachhaltiger Bruch. Dass das uns das jetzt hier gelingen sollte und dann der Chart sich die ganze Zeit hier oben aufhalten sollte, ist im Moment eher unwahrscheinlich. Zumal diese ganze Bewegung von nicht besonders viel Volumen begleitet gewesen ist. Bitte seien Sie sich darüber auf jeden Fall im Klaren. Was man ebenfalls sagen muss ist, wir erwarten auch nicht, dass der Markt jetzt in sich zusammenbricht, sondern ein weiteres Rumgeplänkel kann es nach wie vor geben, dass der ein bisschen dann hochläuft, noch ein bisschen runterkommt, noch ein bisschen hochläuft, noch ein bisschen runterläuft. Das ist durchaus möglich und das kann uns auch noch ein bisschen länger blühen. Auch darüber muss man sich im Klaren sein. Bei den Aktien hatte ich Ihnen gezeigt gehabt, Doe Chemical hatte gesagt, dieser Markt sieht sehr, sehr interessant aus. Der steigt, konsolidiert seitwärts, steigt, konsolidiert ist lange seitwärts und Ausbruch sollte dazu führen, dass der Markt relativ dynamisch in Richtung der 53 Dollar Marke laufen können sollte. Wir sehen diesen Ausbruch und der Markt hat auch Potenzial für eine Fortsetzung seiner bullischen Bewegung. Das ist auch das, was ich Ihnen sage. Es kann sein, dass der Index seitwärts konsolidiert, aber in dieser Zeit es Aktien gibt, die dann trotzdem nach oben ausbrechen. Genauso wie wir miteinander über... Ausgesprochen hatten, hier hat der Markt, nachdem er sehr dynamisch nach oben gelaufen war, eine Konsolidierung gemacht. Hier der Ausbruch, auch gestern hier eine Fortsetzung, da wurde schon Bewegung gemacht. Für unsere Triggerliste würden wir es durchaus interessant finden, wenn der Markt jetzt ein Pullback machen würde und dann hätten wir Interesse, das auch für unsere Triggerliste zu kaufen. Wir hatten ja gesagt, wir gehen hier erstmal noch nicht in den Markt, weil wir schon Risiko im Markt hatten. Womit hatten wir Risiko? Wir hatten Risiko zum einen mit Deutschen Wohnen. Deutsche Wohnen hat sich hier sehr, sehr interessant entwickelt, ist hier sehr schön ausgebrochen. Wir werden hier versuchen, im Bereich der 1637, im Bereich einer Trend begrenzenden Linie, Teilgewinn zu realisieren. Und dann hatten wir auch noch eine Position hier bei Linde eröffnet. Man muss sagen, Linde ist ausgebrochen, testet das, aber man darf bitte nicht vergessen, dass das hier eine sehr, sehr schöne seitwärtsgerichtete Konsolidierung ist, die der Markt hier sehr bullisch aufgelöst hat. Und diese Aktie hat definitiv weiteres bullisches Potenzial. Auch hier wollen wir weiter im Markt bleiben. Wollen aber erstmal die nächsten beiden Tage abwarten, gucken, was mit dem Bruttoinlandsprodukt ist, bevor wir hier noch mehr Risiko in die Hand nehmen, respektive in unser Depot nehmen. Sie sind herzlich eingeladen auf unserer Webseite, unsere Triggerliste sich anzuschauen. Dort machen wir Daytrading, haben wir gestern auch beim DAX gemacht, auf der Shortseite, was ich Ihnen gezeigt hatte. Wir haben die Aktien, wir traden Forexes, wir traden die Edelmetalle, alles kostenfrei und live. Und vor allen Dingen nicht nur mit dem Trigger, sondern wir managen diese Position, ziehen immer wieder unser Stop-Loss nach. Sind Sie herzlich eingeladen, sich das anzuschauen. So, wenn wir sagen, wir sind mit den Aktien soweit durch, dann würde ich Ihnen natürlich gerne zu den Forex das Folgende zeigen. Wir haben dann gestern doch noch, wollten wir ja, über die kleinere Zeitanhalt, über den Stundenchart hier. Ah ja, Kronis hat hier irgendwas gemacht, müssen wir uns jetzt hier nicht anschauen. Sondern das, was ich Ihnen zeigen möchte, ist, wunderbare Bewegung, ist der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Ich hatte Ihnen gesagt, ich hatte einen Trigger platziert gehabt, einen Limit-Trigger im Bereich der 1.01.98. Und der Markt hat uns erst nicht abgeholt, ist wieder zurückgegangen und hat gesagt, wir müssen gucken, ob wir den Trigger drin lassen. Wir haben den drin gelassen. Der hat uns tatsächlich abgeholt und macht jetzt hier immer wieder diese tieferen Hochs und tieferen Tiefs. Wieso haben wir das getradet? Der Markt wird hier abverkauft, macht eine Gegenbewegung, macht das tiefere Hoch, schaut sich das an. Hat diesen Trendkanal, schwächt sich ab, macht eine bärische Keilformation. Das ist alles rein systematisch, bricht es, scheitert und jetzt sehen wir eine Fortsetzung der bärischen Bewegung. Wunderbar, ist ein Trade über die kleinere Zeiteinheit. Wir werden jetzt hier anfangen, einen Teilgewinn zu realisieren. Das war schon mal sehr schön, hatten wir gestern miteinander besprochen gehabt. Genauso hatten wir hier den Kiwi gegenüber dem US-Dollar auf der bärischen Seite getradet gehabt. Der Markt ist hier wunderbar auf der bärischen Seite durchgebrochen. Mit dem Wissen um Bruttoinlandsprodukt, was für den US-Dollar sehr entscheidend sein kann. Wir haben hier auch einen Teilgewinn realisiert. In dieser Zone werden unser Stop-Loss anpassen, damit wir kein Risiko mehr additiv im Markt haben werden. Was nach wie vor interessant aussieht, ist der britische Fund. Der fängt immer mehr an schwach zu werden. Ich zeige Ihnen jetzt seit längerem Cable und sage Ihnen, Cable ist sehr interessant. Trendkanal ist jetzt mittlerweile bärisch aufgelöst worden. Wir hatten genügend Risiko im Markt, mussten nicht auch noch Cable über unsere Trägerliste reinnehmen. Hatte ich Ihnen aber gezeigt. Der Markt kann aber hier nochmal einen Pullback machen. Und wenn er das macht, in Richtung 50er mit der fallenden 20er, mit dem Trendkanal, was ehemals Unterstützung war und jetzt widerstanden ist, würde uns das interessieren auf der bärischen Seite. Ansonsten auch britischer Fund gegenüber dem japanischen Yen könnte sehr interessant werden. Dann schauen Sie sich das an. Unterstützung nicht ganz. Hier sind wir wieder dran. Und wir haben dazu eine mittelfristige Trendlinie bärisch aufgelöst. Gehen wir nachhaltig. Und die Absolventen unseres Mentor-Programms wissen, was nachhaltig signifikant ist. Unterhalb der 1,69,50. Dann haben wir 150 Pips Potenzial in Richtung 1,68. Und dann ist die nächste Zone im Bereich der 200-Tage-Linie. Denken Sie dran. Der japanische Yen wird sich natürlich auch selbstverständlich darum kümmern, was mit dem Bruttoinlandsprodukt passiert. Denn der ist negativ korreliert zu den Indizes. Und ganz eindeutig positiv korreliert zu den US-amerikanischen Anleihen. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sie sind herzlich eingeladen, heute Mittag sich unsere Tagesausgabe zu den US-amerikanischen Indizes durchzulesen. Das sehen wir für Sie da über unsere Webseite. Und selbstverständlich gibt es heute Abend auch wieder eine Rohstoff-Tagesausgabe. Und da sind wir ja Shorts bei Gold. Und auch da, sage ich Ihnen, der Markt ist schwierig, wenn man sich das letzte Jahr anschaut. Mehr seitwärts gerichtet. Wir sind da im Geld. Das bedeutet, ganz egal was passiert, wir haben jetzt schon 35 Punkte auf der bärischen Seite gemacht. und haben kein Risiko mehr und werden gucken, ob der Markt uns mehr geben wird oder nicht. Freue mich, wenn ich Sie dann begrüßen darf. Mein Name, Hamedesnachari, alias Wolke P.